Einfach keine Links reinschicken. Nee, das macht man nicht. Wer weiß, was sie da reinposten. Bestimmten Dingen zur Schmuddelwerbung oder so. Ja. Hier, wir können bei dem kleinen roten Punkt unten landen. Bei Darth Vader? Ja. Ja, zu viert schaffen wir das. Ja, nee, aber nicht, wenn der Brust direkt so fast zuhört. Dann müssen wir beim nächsten Mal reagieren. Just for fun, Link meint, äh, Sonny. Nee, gefährlich, gefährlich. Bestimmt, der Link zu Susi live. Nein, Facebook Link. Oh Gott. Facebook. Wer benutzt denn Facebook heutzutage? Ich. Woher weißt du das? Ich nutze Facebook. Nein. Ich schwarz mit Luna. Aber, und, äh, Ronja? Meine Facebook-Seite ist gesperrt worden. Äh, noch? Warum das denn? Ich hab keine Ahnung. Ich hab eine Benachrichtigung gekriegt. Ich soll beweisen, dass das meine Seite ist. Natürlich ist es meine Seite, ne? Und, äh, da konnte ich nichts machen. Und jetzt ist sie gesperrt. Das ging zwei Monate lang, wo, ähm, die Nachricht kam. Und jetzt ist sie zu. Ich kann es mal noch posten, aber ich kann sie nicht monetarisieren. Aber es ist mir scheißegal. Facebook geht mir am Arsch vorbei. Bin schon am Überlegen, die zu löschen. Ich hab seit dem Wochenende angefangen, Minecraft zu spielen. Ah, am Wochenende hab ich mit meinem Sohn Minecraft gespielt. Und, ach, der ist genauso krank im Kopf wie ich. Alter. Äh, laut Sunny, laut Sunny musst du dich neu einloggen. Ausloggen, wieder einloggen? Also, laut Sunny musst du dich neu einloggen und dann, äh, verifizieren. Ah, okay. Das kann ich auch mal versuchen. Und am Ende kommt Virus. Ja. Das war der Link zur Schwullseite. Mhm. Oh, ich hab hier was zum Spritzen. Alter. Mag, mag das jemand sehen? Aha. Ne, hier. Also, es kann fast nicht mehr versaut werden. Einen schönen, gesunden Saft hab ich. Ja. Oh, mhm. Voll mit Proteinen. Aber Michel, ich hab ein goldes Hinten dafür. Mhm. Alter. Das ist der Wettbewerb, oder? Alter, du hast ein... Der andere vor... äh, redet von Spritzen und du redest von gerade in einem Händchen. Was soll ich dir jetzt davon denken? Ja, was soll ich dir jetzt davon denken? Alter. Ist ja schlimmer wie auf Arbeit, ey. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, da müssen wir dran arbeiten. Alter. Ich bin Single, ich darf gerade. Ich bin auch Single. Also, Ladies, meldet euch gerne. Genau, Staradaster. Ich bin immer zum Spritzen bereit. Kommt ihr, ich spritze euch voll. Oh Gott. Genau, Sani. Komm, und nochmal. Jawohl. Voll ins Gesicht. Ja, warte. Alles leer. Ich muss mich erst beruhigen. Ich hab komplett Köpfkirmes. So, ich muss erst runterkommen, dann kann ich nochmal. Ähm, ihr müsst runterkommen und dann kannst du wieder. Ja, genau. Jetzt ist alles zu spät. Warte, man soll sich einen runterholen? Nur, wenn er oben ist. Also, der Koffer oder was auch immer. Der Marabu, der Marabu, der macht das Arschloch auf uns zu. Äh, laut, äh, Sani sollen wir uns benehmen. Wat? Tun wir doch. Der hat uns noch nicht erlebt, wenn wir uns nicht benehmen. Stimmt. Warum sollte ich mich benehmen? Gebt mir einen Grund, warum ich mich benehmen sollte. Hm. Und außerdem, Sani ist das ein, äh, Sani, außerdem ist das ein, äh, Stream ab 18. Also, von dem her ist es ja egal. Willst du mal wissen, was das ist? Das ist zum Fliegen. Du bist doch sein Arsch. Das ist ja richtig zum Abheben. Okay. Mann. Man sei es. Oh, ich höre. Der kleine Maeve möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Äh, wir sollten mal Richtung Zone. Na gut. Hält mich gerade so auf. Wie gesagt, ich habe ein goldenes Händchen. Verstehe. Ich betreibe sehr viel Einzelsport. Ja. Sehr viel Einzelsport. Wie darf ich das jetzt wieder verstehen? Ich glaube, du kannst dir deine, dein Senf dazugeben. Oh, Senf. Ich verstehe. Plums. Oh, ich habe mich verletzt. Ich Idiot. Bin zu hoch gesprungen. Ist bei dir ein Toastbrot umgefallen oder was? Ein Weiß Sack. Äh, ein Sack Heiß. Aber wir sind doch nicht in China. Shine. Shine like a star. Oh, ich habe eine. Erst mal eine Banane reinschieben. Oh, ja. Verbotene Frucht. Die war gut. Ich mag verbotene Früchte. Oh, da oben wird geschossen. Beim Zeus. Die wird scharf geschossen. Schafen projektieren. Die armen Schafe. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch. Oh, das kommt nicht weiter so hoch. Du bist tot. Moin. Oh, hier. Da will ich mal einen Schluck nehmen. Alles nass. Du Sack. Die wollte ich gerade nehmen. Darf ich das an? Hier. Nimm ich die. Nö. Oh. Warte. No, no, no. Du bist ja ganz feucht. Kann ich das? Ah, tatsächlich. Auch hier. Und ich höre nichts. Das sah aus wie Kumbaya, mein Lord. Kumbaya. Das ist Kumbaya, mein Lord. Ah, cool. Und ich höre nichts. Döööö. Nein. Das ist durchreicht geworden. Du kannst mich doch alleine runtergewinnen lassen. Höhöhöhöhöhöh. schublattler das geht doch noch besser warte die märkte auch auch die leuchtung der leuchtwagen ich glaube sollten weiter so ist geradeaus wie eine statue ja warte dann würde ich aber den hier ja stimmt ich mag das gar nicht mein sohn hat es jetzt das ganze wochenende gezockt also wie kann man nur ja aber echt und die erfolge haben und wir sind im creator mode da gibt es keine erfolge damit halt bis rum spielen können aber ja da war so eine so eine meeresschildkröte oder hat direkt vorne dran loch gebunden dass sie da rein fällt und dann nimmt ein feuerzeug und zündet sie an und er dann guck mal papa guck mal okay und dann hat er hat er ein haus gebaut und da war ich gerade wäsche machen kommt zurück und guck mal papa ich habe ein haus gebaut ja cool und dann läuft da rein und dann ist der ganze boden sind falltüren und unten drin so ein raum halt mit einem bett und ich so was machen da da fange ich die dorfbewohner und dann zünde ich die an alter der sechs jahre alt aber dann haben wir mit tnt ein ganzes dorf gesprengt das war schon geil also das einzige was man mit dem dorf bewohner macht das versklavung nicht mehr das geht auch ja man kann ja ja das einschränken wegen angebliche überhitzung überhitzung ja also wahrscheinlich angehe weil wenn ich mein programm muss wenn ich das programm darüber hat dann lass dann kommt der gleich wahrscheinlich gegen überhitzung ja oder nicht genug wärmeleitpasta auf dem cpu kann nicht sein wir haben genug drauf geklatscht ok nach dem sniper da oben und allen seiten kommen sie und haben mich tot getötet die verbrennen sich in uns ja genau zu viel heiße boys zu heiße uns nicht mein vater nicht oh gott was kannst du es morgen mal anziehen sowas können sie uns schon mal dazusetzen warum nicht ja auf jeden fall ne lieber kotbus das gefällt mir besser hinten anstellen zeus oh so ein fisch wäre natürlich auch nicht schlecht kotbus wie siehst denn du aus ich bin aphrodite oh ja das bist du aphrodite macht das loch auf ja oh hier zeus hat die auch guck an zwillinge oh jetzt 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 ist es vorbei was rothaariges wisst ihr wenn du wenns dachrot ist ist der keller feucht ein harte ich kann da auch noch was machen sekunde oh hände ich auch oh drillinge komm wir machen drillinge oh ja gleich hier oh ja jetzt hat die da geht es um dark und äh was stört es euch wenn ich mal kurz die kamera ausmach aber der ton bleibt da oh nein bitte nicht oh stell dir vor ich vergesse das mit das mikro auszumachen ach du scheiße das hört sich an wie so ein rhinozeros das muss doch wirklich ein wahnsinns Ding sein als einzigster Mann mit drei Frauen hier oh ja man oh ja zum Glück muss ich jetzt nicht aufstehen würde ich wahrscheinlich den Schreibtisch umschmeißen das kann doch was werden oh da die ist spitz da tut man sich weh nee heute geht gar nichts heute sind nur um es mit Louis seinen Worten zu sagen nur Schwitzer unterwegs Schwitzer also kleinen Katbus ist manchmal etwas anstrengend ja ja manchmal weil ich war auch schon mit einem anderen drinnen und da hatten wir uns beide ziemlich genervt weil er da nämlich übermütig war sagen wir es mal so oh naja sind Kinder 13-Jährige die probieren sich gerade aus genau sie probieren sich gerade aus oh Zeus mit Flügel ich lasse das Ballot alle unkommentiert oh Drillinge Alter okay ich mach die Kamera mal aus aber auch das Mikro ja oder ich mach nur das Mikro aus und lass die Kamera an das kann ich dann auf Onlyfans hochladen was wie du deinen Kasper schnäuzt äh was ja genau Mütze glatze Mütze glatze Mütze glatze Mütze glatze ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht wissen was du nachher im Bett machst Mischel ich weiß nicht ob ich so lange warten kann steck mal das Schwert in deine Scheide er hat Scheide gesagt das heißt ja so äh ja ich hab mir jetzt schon wieder Kopfkino weil du gesagt hast da steck mal das Schwert in die Scheide obwohl ich weiß dass es so heißt oh im richtigen Winkel sieht das gar nicht schlecht aus mit dem Mikrofon Ja, Michael, wir tanzen, wo bist du denn? Ja, ja, ich bin direkt hier. Wo bist du denn? Oh. Weiter geht's. Weil das ein Hot Tub-Stream ist? Ja, genau. Dann springen wir jetzt ins Wasser. Oh Gott. Also diese Woche müssen wir dringend auch noch mal Hurt einmachen. Das ist ein bisschen lustig. Ja, ja. Wie heißt es denn? Correct Sunny. Sonnig. Sunny, bonani, sunny, bonani. Sunny Sunshine. Ja. Ja, nee. Da kommt eine Sunny, aber die Sonne geht eher unter. Ain't no sunshine when she's gone. Geht die Sonne auf, so kommt die F-16 gleich mit. Hello. Wieso ist denn die Markierung jetzt schon wieder weg? Ja, ne? Ich fliege hier völlig blind. Darf ich sagen? Meine F-16 haben ein Radar. Ich weiß nicht, was ihr habt. Maggie, immer eine gute Suppe. Hallo. Was brauchst du, Maggie? Hi. Kannst du das Zeug nicht ohne Maggie fressen? Es muss schmecken. Aber mit Maggie schätze ich mir eine Sache auf. Hallo? Hm? Hallo? Hi. Hallo, hallo. 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 Bist du auch so gelangweilt? Bin ich intelligent? Hello. War schon jemand down? Is it me you're looking for? Down. Down. I can see it in your eyes. Ich bin down. I can see it in your smile. Wo bist du denn? Wer? Hast du schon wieder da was umgesteckt oder irgendwas? Wo habe ich was umgesteckt? An der Fresse. Nein, wieso? Ich dachte hier ein, wenn man umgeht. Dann spiele ich schon. Der Louis hat doch da reingesteckt. Na ja, ist Geschmacks-Stardust da. Danke. Was ist los? Wann drüben? Wow. Wow. Das war ich da fast runtergefallen. Verdammt. Ich bin gefangen. Oh, hier. Hier kann ich runter. Von drei Aproditen oder was? Da würde ich nicht runterfallen. Da würde ich fest, ne? Ja, ja, klar. Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn hier schon wieder los? Irgendwo wird da hier schon wieder geballert. Es gibt's auch. Ja, ne? Was erlauben die sich? Äh, H20 in einem Ballerspiel. Erstes Down. Okay. Get down. Get down. Get down. Get move. Mach da ein bisschen lauter, denn es geht noch ein bisschen versauter. Ja, tanz für mich. Oh ja. Los, tanz für mich. Dance to the rhythm. Oh ja. Ich geh nochmal die Treppe ein Stück runter. Hat was. Sieht man was von unten, ja? Nee, hat ein weißes. Oh, ich werd. Oh, Zeus. Jawohl, treff mich. Jawohl. Nochmal. Oh ja. Ins ihr Gesicht, komm. Alter. Was gibt's gerade? Let's dance oder was ist das? Äh, der beschmeißt mich mit Dingen. Jawohl. Oh ja. Komm, das schaffst du, das schaffst du. Probier mal auf die Mauer. Das wird so vom Winkel her passen. Jawohl. Sehr gut. Oh, ach. Das sah jetzt auch wieder lustig aus. Oh, Käse. Unser Lager. Mach doch nicht alles kaputt. Will er noch jemanden Flügel haben? Nö. Weil ich hab versehentlich zwei. Ja, ich nehme. Ja, mit einem Flügel ist fliegen schwierig. Du fliegst am Kreuz. Oh, cool. Danke. Bitte. Danke für diesen guten Morgen. Ach nö, bitte. Das mussten wir in der Grundschule, ne? Erste, zweite Klasse. Morgens immer singen. In Deutsch und in Englisch. Äh, ich hatte das früher auch in der Schule. Oh, schlimm, oder? Wir hatten so eine ganz christliche Klassenlehrerin. Jeden Morgen. So, als Morgenappell quasi. Ähm. Ich lass das jetzt mal unkommentiert. Starduster. Ich bin ein Hase. Ein Hase? Hase. Hase. Hey, Bunny. Was ist hier da los? Oh, Zeus. Was hast du mit Zeus die ganze Zeit? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Starduster, ich weiß, was du meinst. Ich zeig dir einen richtigen Hasen. Ja, genau. Fand ich irgendwie so eine grenzwertige, äh... Das war eine krasse Werbung. Was grenzwertiges. Ja. Ich fand es ziemlich grenzwertig, die Werbung. Ja, genau. Es war schon ein bisschen hart. Also, nicht so hart. Also, ihr wisst, was ich meine. Klar, die hatten, die, klar, die hatten recht, äh, was, äh, mit der Werbung anbelangt, aber die war auch, äh, ziemlich grenzwertig. Ich, ich bin in der Badewanne. Oh. Klar war die einprägsamen, Starduster. Ey, Rorschloch. Soll ich die Badewanne voll machen? Oh Gott. Das gibt's nicht. Äh, mit was voll machen, ist nur die Frage. Mit Ziegenmilch natürlich, wie Cleopatra. Naja, solange es nur Ziegenmilch ist. Oh, ein Tresor. Mein Gold. Mein Schatz. Ich bin ein Pinguin. Hart was, Starduster. Sie mögen uns nicht. Smirgol. Gollum, 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 gollum. Mein Schatz. Ich bin ganz schön elektrisierend. Oh, ja. Oh, da schießt jemand. Ich bin ein Beschosser. Wo schießt es, mein Schatz? Ich hab leider keine MG34. Ich hab auch nur eine. Keine 34. Da kommen noch mehr. Ja. Der Bunker öffnet. Was ist denn eigentlich Battlefield? Oh, das hat noch Zeit. Noch so viel andere Dinge vorher zu zucken. Ja, ich weiß, dass du... Und sehen meistens selter aus, als sie tatsächlich sind. Oh, Cottbus hat die Hardis-Ketten. Ja, die Polterketten. Jawohl. Sehr geil. Kann ich dir. Jetzt ab. Du stehst ja drauf, Michel. Ja, genau. Ich komm schon mal runter in den Keller. Ja. Genau, du stehst ja drauf, Michel, oder? Es muss wehtun und bluten. Ich kenne es zu werden. Oh, ja. Fritz ins Keller. Ich mach mal die Tür zu. Ach, geht nicht. So, wo soll ich mich hinlegen? Kein Andreas Kroels hier. Ja, schon wieder einer. Was ist denn da los, ey? Raus mit dir! Oh, ein Scharfschützen, äh, Scharfschützengewehr. Ich hab ne Flasche. Ich hab eins. Hinter die. Hinter mir? Ja. Ähm. Geil. Das heißt, ich hab hier ne, äh, äh, ich hab ne, äh, violette Scharfschützengewehr mit, äh, mit dem, äh, äh, Sniper-Scope drauf. Sagt mal. Warum seh ich den nicht mehr? Ja, boah. Ach da. Hat sie ihm Gras versteckt. Der raucht das bestimmt auch. Na ja, lieber Gras rauchen als Heuschnupfen. Das tut nämlich weh. Das Heuschnupfen. Lieber Gras rauchen als Heuschnupfen. 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 Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Kopfgeldjagd. Oh, oh. Oh, oh. Jemand hat ein Cockgeld ausgesetzt. Oh, oh. Was ist ein Cocktail ausgesetzt? Wir beschützen dich. Hey, ein Cockgeld. Kannst du aufs Auto steigen und wegfahren. Die Hände bleiben da, wo sie sind, okay? Kopf hoch, Zeus. Kopf hoch. Ja, bin schon unterwegs. Kann losgehen. Keine dummen Sachen wieder oben machen. Und, äh, Michel, äh, denk dran, fuhren weg von mir. Ja, du bist ja hinter mir. Andersrum wär's gefährlich. Oh, Insel, Insel. Oh. Danke fürs Abladen. Sehr gerne. Ja, das, äh, hab ich auch schon öfter gehört. Danke fürs Abladen. Ich weiß nicht, an was ihr wieder denkt, aber, naja, ja. Abladen ist doch gut. Oh, hier. Naja, äh, äh, solange es keine, äh, Besteckbeziehung ist. Was war das denn eben? Ja, weil, wenn du mich auflädst, äh, aufgabelst, bekommst du eins auf die Lauf. Ja, du. Gehen wir hoch? Ja. Ähm. Wir holen uns die Sachen runter. Aha. Ähm, wir holen uns die Sachen runter. Prost. Alles, was wir greifen können. Ich hab's nur mit Fassauten zu tun. Hm. Ich bin frisch geduscht. Ich auch. Hm. Ich bin akropatisch. Du badest. Kein Kommentar. Ja. Ka-ching. Boah. Hey, wo ist, äh, das eine, äh... Ach da. Ich hör Schüsse. Geh mal gucken. Da unten. Ha-ha. Ich geh mal gucken. Da unten. Ha-ha. Da unten ist nur einer mit Knapper. Ja. Oh, scheiße. Oh, bist du runtergefallen? Ja. Ich brauche Hilfe. Moment. Das bitte so, dass nicht nur einer runterfällt. Komm, trau dich raus. Dass ich nochmal treffen kann. Ach, da drüben ist er. Ja. Rechtsrum ist er raus. So. Rechts froms Haus. Ah, so, es wird schon gerettet. Okay. Ich wollte gerade runter. Rechts from the house. Wir gehen pushen. Push it to the limit. Living on the razor's edge. Ach, hier. Sieht die noch jemand, wo er ist? Ja. Da. Geh vor und es ist sauer, da. Jun. Äh, ich hab keinen freies Schussfeld auf den. Ja. Jetzt. Ach, keine Munition mehr. Alter, wo fliegt denn die Kugel hin? Oh, der ist schnell. Alter. Sag mal. Fuck, der hat mich erwischt. Ja. Der Bude war hier. Mal hingefasst. Oh, Kurova. Ah. Kurova ist, äh, die panische Taube. Ich hab ihn, äh, erwischt. Aber... Also habe ich ihn, äh, in Hütti gegen. Pass auf, das kleine Räume. Fuck. Oh, ihr seid beide tot, komm. Jetzt muss ich mich... Ich komm runter. Was muss noch? Äh, komm runter. Ich habe gerade 15 Liter 15 Schwestern und 5 Ohms beleidigt. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Das kann auch nicht jeder. Ich hab aber auch noch 15 Todeslücher ausgesprochen. Ob sie wirken oder nicht, sehen sie, wenn das Licht an geht. Hm, 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 hm. Ich höre auch schon wieder gegen. Oh, scheiße. Scheiße. Mischl, das liegt an dir. Ja, hab ihn, hab ihn schon. Hä? So. So. Ne, ne, bauen. Ähm, kannst du mir auch ein Glas bringen, bitte? Nö. Äh, 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 hinter dir. Oh, ne, der ist so. So. So, wir mal den... den Salz. Ich komm gleich wieder. Ja. So, was noch jemand? Boah, ist das weit. Ja, gut. Da muss man ja hin. Also, der Dings, der... den Cutbus habe ich ja, äh, schon eingesammelt gehabt. Ja, ich hab Zeus. Und können wir so... Dingsen. Am besten gehen wir zu zweit da hin. Äh, äh, einer kann ja, äh, Deckung geben. Ja, genau. Während der andere da revived. Oh, das ist außerhalb der Zone. Also, bald. Okay, dann müssen wir uns beeilen. Oh, fuck. Schnell, schnell. Komm, wir machen einfach beide. Schnell. Ja. Boah, und weg. Und da kommt auch noch einer angeflogen. Und noch einer. Damn, boy. Und meine Munition leer. Könnt... Also. Ich bin down. Ja, me too. Hashtag. Ahem. Hust, hust. Oh. Wir haben ein Haus auf uns geworfen. Boah, was ist denn jetzt? Diese bin ich auch da. Oh, cool. Vierter. Boah. Keinen epischen Sieg heute. Gibt's ja gar nicht. Das ist kein Mensch. Naja, wir können nicht behaupten, dass wir uns nicht bemüht haben. Genau. Der Wille war da.